Musik 42 Jahre vor ihr war es lustiger und 1997 war dann Borgia die vorerst letzte Stute, die das deutsche Derby gewinnen konnte. Die Ammerländerin lieferte sich unter Olivier Pellier einen erbitterten Endkampf mit Barun. Auch der Favorit Kaitano kam zuletzt immer besser in die Partie, hatte aber mit dem Sieb nichts mehr zu tun. Beeindruckend, wie Borgia alle Attacken abwehren konnte. Die Starthelfer spritzen alle zur Seite, Boxen auf, Boxen auf, BMW 128 ist das deutsche Derby und jetzt Nerven bewahren, jetzt hinschauen. Gleich kommen sie an den Tribünen vorbei, dann sind sie wieder dran. Jetzt fange ich erstmal an, in der Bahnmitte, da galoppiert an der Spitze mit der Programm Nummer 15 Yorkshire. Yorkshire geht nach vorne, Yorkshire mit Mojito, es ist nicht schnell, es ist nicht allzu schnell. Yorkshire, Mojito, Happy Change, an der Außenseite Kaitano, gleich in guter Position. Sogatais ist dabei, dann galoppiert an der Innenseite Barun in vorderer Linie. So geht es in den Wandsbeckerbogen hinein. Mojito an der Seite von Yorkshire. Yorkshire außen führt, der Gast aus England. Yorkshire vor Mojito hat das Kommando, dahinter ist Happy Change in dritter Position. Dann kommt Iris Steny als viertes Pferd in die Gegenseite, gefolgt von Caetano, gefolgt von innen galoppierend Barun, das sind die vorderen sechs Pferde. Dahinter galoppiert Sogatais an der Außenseite mit Vida. Dann sehe ich die Stute, dann sehe ich hier Borgia, dahinter ist auch an der Innenseite zu sehen. Penalty in der Gegenseite, Mitte gegenüber sind die Kandidaten. Und er darf vorne führen, Yorkshire. Yorkshire führt mit Richard Quinn im Sattel. Yorkshire führt, dahinter ist jetzt Happy Change vor Mojito. Dann in vierter Position an der Außenseite in einer idealen Position. Caetano vor Iris Steny an der Innenseite. Dahinter ist sechster Barun, dann folgen Vida, dann folgt Sogatais, dann folgt Penalty. Am Schluss des Feldes wartet Kevin Woodburn, der Vogs mit Abu Lahab, auf seine Chance. Und das Feld biegt in den Horner Bogen ein. Ein tolles Bild hier auf dem Monitor. Vorne ist weiterhin an der Spitze, jetzt Happy Change. Und er hat ihn abgelöst, Yorkshire. Happy Change mit Yorkshire. Happy Change Yorkshire, dahinter galoppiert Caetano in dritter Position. Dahinter kommt dann an der Außenseite Safarabad, deutlich mit nach vorne. Und jetzt geht es in den Einlauf hinein. Die letzten 500 Meter, haltet mich fest, Freunde. Happy Change ist an der Spitze, Happy Change Caetano. Was macht er jetzt? Kommt er? Kommt er nicht. Happy Change ist vorne. Happy Change übernimmt die Spitze. Caetano versucht es. Happy Change mit Caetano. Der greift an und außen kommt Barun. Barun ist jetzt vorne. Barun und an der Außenseite kommt die Stute. Da kommt Borgia. Borgia ist vorne. Borgia. Borgia gewinnt das Derby. Vor Barun, der kommt noch einmal. Borgia, Barun. Borgia gewinnt. Borgia gewinnt. Vor Barun dahinter. Happy Change. Caetano war vierter. Dann Safarabad dahinter. Mensch, da war Balleno, war dabei. Und Penalty und wieder. Und so weiter und so fort. Also Borgia, ihr habt es ja alle gewusst, dass die Stute gewinnt. Ich nicht. Borgia gewinnt im gleichen Jahr auch noch den großen Preis von Baden. Und ging vierjährig dann zu André Fabre ins Brennen. 1999 konnte sie in der Hongkong International Race triumphieren, bevor sie dann in die Zugplexung sind.